Hallo, könnte ich den Gaming-PC auch geschenkt bekommen? Habe leider nicht so viel Geld. Hey, du möchtest einen 2000-Euro-PC einfach geschenkt haben? Ja, das wäre super korrekt. Würdest du das tun? Darf ich fragen, wie alt du bist und was du aktuell beruflich machst? Ich bin 20 und versuche mir aktuell ein Online-Business aufzubauen. Also erstmal schätze ich deinen Unternehmerwillen, aber wie finanzierst du denn aktuell dein Leben und vor allem dein Online-Geschäft? Ich wohne noch bei meinen Eltern und kriege ein bisschen Taschengeld. Für das Business brauche ich kein Geld, da man das weitestgehend kostenlos aufbauen kann. Hast du zwei gesunde Hände? Ähm, ja. Dann mache ich dir einen Vorschlag. Du arbeitest halbtags für mich in meinem Abrissunternehmen. Ich zahle sehr fair, da ich meine Mitarbeiter schätze und so kannst du dir auch das Geld für den PC verdienen. Und du wirst sehen, es ist ein gutes Gefühl, sich etwas selbst erarbeitet zu haben und das wird dich auch für deine Selbstständigkeit weiterbringen. Auf die Weise verdienst du bereits Geld, aber hast nach der Arbeit trotzdem noch Zeit, dein Projekt voranzubringen.